Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute werde ich euch eine neue Frage stellen. Weißt du, wer ich bin? Die meisten würden sagen, ich bin Anton Garabas. Entschuldigung, dass ich deine Illusion platzen lasse, aber das ist mein Name, nicht ich. Ebenso könnte ich dich fragen, wer du bist. Wahrscheinlich würden sie sagen, ich bin Juan González oder Mary Smith. Aber auch hier wären dies ihre Namen, nicht wer sie sind. Andere könnten antworten, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann. Aber das sind deine physischen Merkmale. Oder mit anderen Worten, das sind die Körper, die du hast, nicht wer du wirklich bist. Also wie können wir diese Frage richtig beantworten? Nun, lasst uns damit beginnen, uns zuerst selbst zu fragen, wer wir eigentlich sind. Wir sind das, was wir denken, dass wir sind. Genauso wie der französische Philosoph René Descartes im Jahr 1637 sagte, Je pense donc, je suis, was auch im Lateinischen bekannt ist, als die englische Übersetzung wäre, ich denke, also bin ich, was unsere Existenz ausdrückt. Basierend auf dieser Annahme können wir in modernen Begriffen folgern, dass wir Wesen sind oder sogar noch mehr als das. Wissenschaftlich betrachtet sind wir bewusste Wesen, die von vielen als Seelen bezeichnet werden, die im Geist wohnen, der wiederum im Gehirn wohnt. Um einen Schritt weiter zu gehen, ist es ein wissenschaftlicher Fakt, dass wir als lebende Wesen Bewusstsein und Unterbewusstsein besitzen. Wäre es an diesem Punkt nicht logisch zu fragen, ob das Überbewusstsein tatsächlich existiert? Nun, das ist genau das Thema dieses Videos. Bevor ich dieses Thema weiter ausführe, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich meine unparteiische Sicht auf Spiritualität präsentiere und keiner Religion oder Kirche angehöre. Früher war ich Atheist und dann habe ich studiert, um katholischer Priester zu werden. Nun könnten Sie sagen, wow, warum solche Extreme? Nun, jetzt bin ich auf dem Mittelweg und Sie könnten die Antwort nach dem Anschauen dieses Videos möglicherweise finden. Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, von liebenden Eltern, für immer in meinem Herzen bewahrt. Als ich aufwuchs, begann ich die Realität um mich herum in Frage zu stellen. Meine Lieblingsfragen begannen immer mit, warum und wie. Dann folgten weitere Fragen wie, wer bin ich? Und was ist der eigentliche Zweck unseres Daseins hier auf der Erde? Meine Fragen waren einfach, aber viele Leute, die ich erwartet hatte, wussten keine Antworten. Beispielsweise fragte ich meinen Vorgesetzten im Kloster, ob Gott überall präsent ist oder nicht. Er sagte ja. Dann fragte ich ihn erneut, ist die Hölle ein Ort? Er sagte erneut ja. Dann fragte ich mich, ob Gott in der Hölle sei und setzte meine Reise fort. Er gab eine klare Antwort, ein einfaches Nein, ohne jegliche logische Erklärung. Also wandte ich mich dem Studium der Bibel im Licht der Geschichte zu. Ich fand heraus, dass die meisten Berichte im Alten Testament aus anderen älteren Religionen übernommen wurden und alle Teile der Bibel einschließlich des Neuen Testaments zensiert wurden, um nur das zu enthalten, was von den Kirchen als vom Heiligen Geist inspiriert angesehen wurde. Bücher des Neuen Testaments bis Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus verfasst. Aber die Bibel als Ganzes wurde erst im vierten Jahrhundert offiziell von der katholischen Kirche zusammengestellt. Daher haben wir die selektiv von der Kirche zusammengestellten Geschichten, die behauptet, dass ihre Auswahl der Geschichten in der Bibel vom Heiligen Geist inspiriert war, übernommen. Jeder, der es wagte, diese Tatsache anzuzweifeln, wurde als Ketzer betrachtet und ohne Gnade verbrannt, um ein abschreckendes Beispiel zu statuieren. Einer von ihnen war Bruno Galileo, der behauptete, dass die Sterne Sonnen sind, die vom Planeten umkreist werden. Galileo wurde als Ketzer lebendig verbrannt. Abscheuliche Kriege wurden oft durch religiöse Überzeugungen verursacht. In der Geschichte gibt es viele Beispiele dafür. Bis heute unterdrückt die organisierte Religion den menschlichen Fortschritt des Denkens und der Evolution. Darüber hinaus würdigen die Kirchen menschliches Leiden, fördern Blinden Gehorsam und Demut und versprechen denen, die geduldig Leiden ertragen, den Himmel nach dem Tod. Die organisierten Religionen versklaven die Menschen. Gebunden durch Dogmen von Sünde und Hölle, profitieren sie finanziell von den bereitgestellten Beiträgen der Gläubigen. Nachdem ich all das gelernt hatte, wurde ich Atheist, jedoch blieb ich weiterhin sehr aufgeschlossen für wissenschaftliche Spekulationen und Hypothesen. Das war es, was mich zu einer aufgeklärten und pragmatischen Forschung geführt hat. Trotz der negativen Aspekte von organisierten Religionen tauchte eine andere Frage in meinem Kopf auf. Gibt es Gott und kann Gott mich hören? Also begann ich mit der Praxis der Meditation und begann in Stille, Fragen an Gott zu stellen und nach Antworten zu suchen. Kurz darauf begann ich, Situationen und Faktoren in einem neuen Licht zu sehen und zu verstehen. Jetzt erkennen sie, dass ich mich nicht auf Gott als männlich oder weiblich beziehe, da Gott keinen Körper oder Geschlecht hat. Als Mose Gott fragte, wie soll ich dich nennen, antwortete Gott gemäß der Bibel, Jahwe. Übersetzt aus dem Hebräischen ins Englische bedeutet dies, ich bin, der ich bin. Und das steht im Einklang mit dem, was René Descartes geschrieben hat. Ich denke, also bin ich. Mit anderen Worten, wir sind, wer wir sind. Und wir können weiterhin postulieren, dass wir wie Gott sind. Auch die Bibel bezeichnet uns Menschen als Kinder Gottes und besagt, dass Gott Leben in den menschlichen Körper gegeben hat. Ein Zitat aus Genesis, Kapitel 2, Verse 7 bis 9. Wenn das der Fall ist, dass wir von Gott kommen, dann haben wir eine göttliche Herkunft. Und Gott befruchtete den menschlichen Körper mit Gottes Atem oder besser gesagt mit Gottes eigener Seele. Wir Gottes Kinder kommen von Gott und werden zu Gott zurückkehren, um wieder ein Teil von Gott zu sein. Abschließend sind wir heute Erwachsene, die niemanden brauchen, um uns die Bibel oder andere sogenannte heilige Schriften zu interpretieren, genauso wenig, wie wir keine Vermittler vor Gott brauchen. Wir können direkt mit Gott kommunizieren. Überbewusstsein direkt. Viele Gläubige warten heute darauf, dass der Messias oder Jesus Christus wiederkommt. Und sie glauben, dass er alle Probleme der Welt lösen wird. Ich sage dies, wenn wir glauben, dass wir die Kinder Gottes sind und wir glauben, dass wir zum Beispiel Jesus Christus folgen sollten, dann sollten wir die Messias sein. Um heute damit zu beginnen, unsere verfallende Welt zu erneuern. Wir sollten uns bereits als die Messiasse hier betrachten. Und es liegt in unseren Händen und unserer Verantwortung, diese verfallende Welt zu erneuern. Aber zuerst müssen wir damit beginnen, uns zu erneuern und unsere Einstellungen zueinander und zur Natur zu ändern. Sonst werden wir immer und immer wieder wiedergeboren, bis wir unsere wichtigen Lektionen gelernt haben. Amen. In der Hoffnung, dass Sie Ihre eigene Forschung fortsetzen möchten, abonnieren Sie bitte diesen Kanal und schauen Sie sich andere Videos an, die am Ende empfohlen werden. In der Hoffnung, dass Sie auch Ihreière größere System machen können, ist das unsere alte Anschluss und ściai, Entschuldigung, undpp- tatt. Ich weiß, Äh. Äh. Untertitelung des ZDF, 2020